Ja, Leute, was geht ab? Ich nehm einfach alles, was wir brauchen. Let's go! Hallöchen, was geht ab? Let's go! So, wir müssen jetzt erstmal hier raus, dann kann ich die Ansage machen. Hallöchen, Pupöchen! Hi, na, Izzy, wie geht's dir? Guck mir nicht auf mein Pupöchen, was willst du denn? Hä? Du bist ja ein Pupöster-Vogel. Leute, was geht? Ey, wir sind wieder back. Izzy, ist es so nice, dass du dabei bist. Ey, wirklich, ich freu mich mega. Zum ersten Mal spiele ich Dors nicht alleine. Ich spiele Dors? Achso, ja, stimmt, wir spielen Dors. Warum spielen wir Dors? Wir müssen etwas gruseliges unternehmen, deswegen spielen wir Türen. Yes, yes, yes. Hast du am Anfang vielleicht eine Taschenlampe oder so noch gekauft? Oh, du bist richtig schlau, Izzy, wirklich. Du bist ein Genie. Kann man hier Sachen rausklauen? Genau, genau, du kennst dich doch ein bisschen aus, ne? So, hast du schon mal gespielt? Ja, ja, ich hab das schon mal gespielt. Okay, genau, du gehst, ähm... Level 50. Genau, du musst immer die Augen offen halten, immer die Sachen aus den Schubladen klauen, ne? Okay. Das ist wichtig. Ist hier der Hardcore-Modus, Lars? Nee, das ist der normale noch. Das gibt's... Guck mal hier. Normale. Das ist normal. Ja, darf man... Okay. Was steht da? Ein Gemälde. Das findest du normal? Das heißt Instanz. Oh ja, okay. Ist Instanz. Du hast so einen neuen Hoodie, das sieht anders aus. Ja, ne? Ich hab so einen grünen, hab ich an. Den können die Leute leider gerade nicht... Oh, what a frog? Das ist ja ein Frog. Oh, what a frog. What a frog? Was ist das eigentlich mit deinen Armen? Die haben sich so abgetrennt von deinem Körper. Das sieht so lustig aus, irgendwie. Deine Arme sind weg. Meine Arme, wer hat die hier? Die fliegen einfach so von deinem Körper. Das ist einfach abgeschnippelt. Alright. Ich brauche einen Arzt. Lars, ich brauche einen Arzt. Genau. Wir brauchen beide einen Arzt. Ist das wichtig. Ich bin Dr. Dr. Professor Lasomaniac. Warte, ich muss mich... Wow. Gerade muss ich mich konzentrieren. Hier hoch, genau. Du bist doch bestimmt so ein Fußarzt, oder? Genau. Ein Podologe. Ein Podologe nennt sich das. Genau, richtig. Ich bin Podologe, meine Damen und Herren. Falls Sie Probleme mit Ihrem Fuß haben, kann ich Ihnen helfen. Kannst du nicht mehr meine Füße ansehen? Gar kein Problem. Ich kann natürlich sehr, sehr gerne dabei helfen. Ich hab aber Fußpilz. Oh, okay, gut. Vielen Dank. Bitte verlassen Sie sofort meine Praxis. Danke. Oh, ich hab noch eine Kastlampe gefunden. Was? Noch eine? Kann man die nehmen? Ich hab ne Kerze. Ja, du kannst ne Kerze nehmen. Die ist auch eigentlich echt super praktisch. Wenn, ähm, ja, wenn Sachen sind halt, ne? So Sachen halt Dinge. Hier ist aber gar nichts Gefährliches passiert, Lars. Ja, das wird gleich passieren. Wart erstmal ab. Das ist doch schon Tür 9. Wart erstmal ab, genau. Da ist der Schlüssel. Wenn du gleich flackern... Oh, guck mal, ich kann unter das Bett gehen. Oh. Warum? Hast du da unten gerade Staubgewicht, oder was machst du da? Ja, ja, klar. Ich hab Staub gewedelt. Ich hab Staub weggewedelt hier. So, gut. Ich mach jetzt hier die Türen auf. Hä? Es hat gepstet, oder? Oh Gott, was machen wir? Ey, wenn, wenn, wenn es so pst macht, dann musst du da dieses Vieh angucken. Das ist, ähm, das ist Screech. Und wenn du den nicht anguckst, dann, ähm... Oh, krass, Mann. What the frog? Guck mal, hier ist der King-Schlüssel. Was ist denn los hier? Das ist der King-Schlüssel. Nimm den mal mit. Hier, du darfst ihn mitnehmen, Izzy. Oh. Äh, ich nehm ihn mit. Okay, hab ihn. Krass, Izzy, du hast einfach den absolut... Das ist wirklich so okay. Schlüssel zu unserem Tod ist das. Was? Nein, 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 nein. Schlüssel zu meinem Grab. Schlüssel zu meinem Kot. Ich mach mal hier. Schlicht, Licht, 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 Licht. Oh, mach mal Licht an. Okay. Muss ich auch Licht anmachen? Nein, nein, passt schon. Oder doch, ja, komm. Bleib einfach mit mir. Zwölf. Merk dir, zwölf. Wir rushen jetzt durch, okay? Zwölf. Okay. 13. Ja. Okay. Hier aufpassen. Kann man irgendwie schneller sprinten? Äh, du kannst die Tabletten nehmen, wenn du welche hast. Oh ja, ich hab drei. Da kannst du mit schneller sprinten, aber ich würd warten, bis wir bei Level so 30 sind ungefähr. Dann müssen wir nämlich sowieso sprinten. Okay. Ah ja. Weil dann kommt nämlich Seek. Das ist dieses schwarze, diese schwarze komische Matsch-Kreatur. Ich kann's nicht so genau erklären. Der kommt so aus, so Schleim ist er einfach. Ähm, entsteht er. Ich hab mir vorhin jetzt den Schlüssel schon gefunden. Wir können gleich durchlaufen. Und der ist halt schon ziemlich, ziemlich crazy. Warst du da schon mal bei dem? Ja, ich war. Oh mein Gott. Ich krieg einen Herzinfarkt. Ich kann nicht mehr. Was war das denn gerade, Alter? Ich sterbe. Isi, ich sterbe. Du stürst? Nimm eine Tablette. Oh Gott. Du bist doch Podologe. Du kannst doch was dagegen tun, oder? Oh, ich fetz mir jetzt erstmal ein paar Pillen. Wuhu. Yui. Was war das denn gerade? Bist du da an dieser Tür? Ja, ich weiß nicht, was das war. Das war... Ich weiß gerade den Namen nicht, wie der heißt. Ähm, ich glaube, das ist A... War das A60, Leute? Schreibst mir mal in die Kommentare. Du wirst das wahrscheinlich eher wissen, ob das A60 war. Okay. Oh. Nein. Ich bin krank. Achtung, jetzt Achtung. Pass auf. Geh in den Schrank, geh in den Schrank. An den Schrank, an den Schrank. Und jetzt rein? So rein? Warte, jetzt rein. Jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh mein Gott, der hatte mich fast. Raus? Jetzt raus, 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 raus. Sonst kriegst du nämlich auch Damage, wenn du denkst. Oh mein Gott. Damit du zu lange drinnen bleibst. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Der war schon vor meiner Tür. Du hast nichts gesagt. Lass, du sollst doch alles sagen. Ja, ich habe an mich gedacht gerade, Izzy. Ich kann nicht für zwei Leute denken. Ich bin dumm. Oh mein Gott, dass ich das überlebt habe. Oh, jetzt übertreib mal nicht. Nee, also komm. Oh, dass ich das noch überlebt habe. Das ist unglaublich. Ich kann das alles nicht mehr. So, hier jetzt durch. Jetzt komm mal mit hier. Ich bin Crow bei der Sache. Wann? Ich glaube, wir müssen hier rennen, oder? Ja, jetzt kommt gleich das Rennen. Rennen oder Pen. Echt, ist es jetzt schon? Ich weiß es nicht, wenn wir bei Stufe 30 sind ungefähr. Gibt es ein Tastopus-Rennen oder ist egal? Nee, Mann, wir sind ja bei Stufe 17. Nee, nee, der rennt ja selber von selbst voll schnell. Kommen Sie mit, junger Mann. Kommen Sie, kommen Sie mit. Junger Mann, siehst du hier noch jemanden? Ja, ich sehe hier unten im Weinkeller ist jemand, der Connoisseur. Er trinkt sehr, sehr gerne den edelsten Weintropfen. Bitte legen Sie den Schalter um. Vielen Dank. Na klar. Wir gehen hoch. So, ich glaube, hier unten war auch irgendwas mit der Kerze. Da gab es doch mal diesen Trick, das hat man doch früher im Mittelalter gemacht oder so, ne? Ja. Dass man Kerzen irgendwie runter in den Keller gebracht hat, in den Weinkeller, um zu gucken, wie hoch die Kohlenstoffmonoxid ist oder so, ne? Ja, ja, klar. Das hat man zu meiner Zeit auch noch gemacht. Genau, richtig, ja, weil wegen Steinzeit und so, ne? Da, wo du geboren bist. Damals, als wir das Feuer erfunden haben. Ja, genau. Mein Papa hat das Feuer erfunden. Tatsächlich? Genau, ja. Bei mir war es mein Opa. Achtung, warte, warte, warte. Okay. Oh, es hat gestreached. Ja, ja, guck mal, guck dich um, guck dich um, guck dich um, guck dich um, wo ist er? Und guck ihn an. Ich sehe ihn nicht. Ja, dann tut er dich fetzen jetzt. Du musst, wenn du das hörst, musst du da hingucken, wo es herkam. Ja. Und dann musst du den anstarren, das ist Screech. Aber ich habe ihn nicht gehört. Ich, ich... Pass auf! Warum? Oh, nice. Okay, Izzy, das hier wird jetzt krass. Geknackt. Oh, ja, das ist gut, gut. Nimmst du dir noch die Pillen? Die Pillen habe ich, ja. Soll ich eine reinnehmen, oder? Nein, nein, nein. Nicht einwerfen. Noch nicht. Okay. Kommt gleich noch, gleich kommt. Aufpassen hier. Muss immer an der Seite von der Tür gehen. Okay. Warum? 22. Warte, weil... man nicht weiß, was passiert. Verstehen Sie das? Ah, ja. Wollen wir da wirklich durchgehen? Hello? Okay. Nix, nix besonderes drin. Und weiter, weiter, weiter. Ich habe schon ein bisschen Angst gerade. Also, ich bin ehrlich, ich habe schon ein bisschen Schizzle in the Bizzle. Ich mach Licht, ich mach Licht. The Bizzle Schizzle in meiner Hizzle? Ah! Alter Junge! Wo kommt, wo kommt der auf einmal her? Der hat mich ja noch nicht mal angepstet. Oh Gott, Entschuldigung. Was war das, Izzy? Ich verstehe vor, du liest einfach so los. Der andere erschreckt sich dadurch. Was war das? Hast du genießt? Ja, ich habe... Hatschi! Was? Okay. Hatschi! Entschuldigung. Irgendwann war nur ein Virus. War nur ein Furz. Achtung, komm gleich. Jetzt pass auf, wenn er gleich kommt. Du hörst ihn, wenn er... Okay. Oder? Warte. Ja, Kollege Schnürschel kommt. Und... Rein! Hast du's? Ja, perfekt. Gut, Izzy. Du bist ein Genius. Oh mein Gott. Hilfe! Das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das war die erste und letzte Folge mit dir. Das ist die Schäme. Ja! Oh mein Gott. So, okay, warte. Was war es jetzt? War es 27 oder 28? Ich mach das Licht aus. Sonst, das ist nur begrenzt. Warte, man kann aber hören. Warte, man kann hingehen. Was ist denn mal an? Man hört das. Nicht hier an die Tür gehen. Nicht an die Tür. Okay. Das ist jetzt die hier. Wir sind bei 27. Ja. Ja. Ja, weil du hörst das. Oh mein Gott. Da ist übel das Auge, ey. Ah! Mach das mit mir. Oh mein Gott. Wie viele? Ah! Was ist... Was? Oh mein Gott. Ich hab gerade solche Angst. Was machen diese Augen? Die gucken dich einfach nur an. Machen die nicht? Ey, was glotzt du denn so? Nee, die machen nichts. Die sind einfach nur eklig. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ja, hier. Wir müssen das Rätsel hier lösen. Du musst hier einfach die... Was ist ein Rätsel? Das... Das... Guck mal. Auf die Seite. Macht los. Aber das ist doch vollkommen falsch. Tausch es. Izzy, tausch es. Ah, das muss ich nehmen. Genau. Und das tauscht du dann mit dem. Ja, dann nimmst du das da. Nö. Ja, okay. Ja, okay. Dann mach ich das halt alles alleine hier. Hä? Hä? Wie hast du das denn gemacht? Hä? Wie komisch war denn das? Jetzt geht's. Hä? Das war gerade so voll der Spielfehler. Bei mir war das einfach das andere Bild. Egal. Ja, ja. Egal, egal. Okay, weiter geht's. Hibbi. Okay, hier ist nix. Jetzt nimm mal schon mal deine Tabletten in die Hand, Izzy. Weil es wird Zeit. Guck, das hab ich gemeint. Der kommt so aus dem Matsch oder sowas einfach raus. Okay. Und jetzt fetze die Pillen. Ah! Seht ihr? Hau dir die Tabletten rein. Hinter die Binse. Okay. Ah! Okay. Äh, links. Schon wieder links? Oh mein Gott, der kriegt mich. Der kriegt mich. Der kriegt mich. Ja, es wird nichts bei mir. Oh mein Gott, es hat sonst gesammt. Okay, ich hab's auch. Boah, alter Schlappen, ey. Wuh! Warte, da ist der. Oh, ich krieg nen Herzinfarkt. Ich krieg nen Herzinfarkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben wir einfach überlegt? Ich bin zweimal nach rechts gelaufen, obwohl es links war. Junge. Ich hab mir so ins Hemd gemacht. Wirklich. Das war wirklich... Alter, das war so knapp. Ey, ich hab mir die Hose gemacht. Es war so unglaublich knapp. Aber Hemd ist auch ne gute Wahl. Ich hab nen ins Hemd. Warte kurz hier hören. Das ist Monster. Da ist das Monster drin. Willst du auch mal hören, wenn du hier an die Tür gehst, an die Seite? Und nur mal hören. Ganz vorsichtig. Hör mal. Ja. Du hörst dieses Brrrr. Sag mal ruhig, dann hör ich den auch. Stimmt, ich hab's gehört. Gerne, wenn man da hingeht. Man hört wirklich dieses Knurren. Okay, hier sind noch mehr Tabletten. Brauchst du noch? Wie viele hast du? Ich hab zwei noch. Okay, dann nehm ich die. So, ansonsten noch mal hören. Warte. Ich weiß es nicht. Ja, ne, da ist einer drinne. Da ist einer drinne. Deswegen hier oben lang. Zack, let's go. Mama mia, Pizzeria. Oh, jetzt müssen wir wieder rennen. Ernsthaft? Ne, war ein Spaß. Aber ab Stufe... Oh, Leute, hier flackert's ganz schön. Aber ab Stufe... Ähm... Äh, ich glaube, 70 muss man noch mal... Muss man noch mal rennen. So, bei 70 oder sowas. Wenn wir 70 Jahre alt sind, müssen wir noch mal rennen. Hey. Okay. Oh mein Gott, ist das hier dunkel. Ach, mein Stock. Wo ist mein G-Stock? Ich weiß es nicht. Hier lang. Hast du meinen G-Stock? Hallo. Hallo. Hey, wo ist meine Zähne? Ich halluziniere schon, Lars. Ich kann nicht mehr. Wo sind wir jetzt in 42, 43 und 44? Lass 44 gehen. Äh, warte mal. Was gibt's hier? 42, 43 und 44? Wollt ihr mich komplett veräffen? Warte, ich höre mir das jetzt an, Izzy. Und niemand... Okay. Niemand hat hier was zu sagen. Oh, das war sogar richtig. Hast du gut gemacht. Hast du die gut angehört. Sch, sch. Oh, Junge. Ich hab Angst. Oh, jetzt geht's los. Achtung. Komm schnell an den Schrank. Okay, kommt Rush? Ich glaube, ja. Kurz hören. Ja. Okay, und rein. Okay. Und wieder raus. Komisch, dass er hier nichts dunkel gemacht hat. Was ist so oft? Screech, Screech. Da. Okay. Warte, ich hab ihn nicht gehört. Bei mir war der. Schön mitkommen, junger Mann. Wir sind bald Level 50, oder? Ich bin bald 50, ja. Okay. Oh, Achtung. Weggucken, weggucken, weggucken. Okay, wo soll ich denn jetzt? Guck einfach auf die... Guck einfach die Wand an. Und lauf. Ja, genau. Genau, weggucken. Weil du kriegst übel den Schaden, Ben. Das ist ein Eis. Ich hab schon übel den Schaden, aber ist in Ordnung. Und ich bin dumm. Okay, super. Das war ganz nice. Das war sehr, sehr gut. Izzy, ich bin sehr stolz auf dich. Das hast du sehr gut gemacht. Und da geht's zur Bibliothek. Das ist die Bibliothek, genau. Das ist jetzt Stufe 50. Sprich, wir müssen jetzt sneaken. Weißt du, ne? Heißt, die ganze Zeit ein Sneak bleiben. Bücher sammeln. Und dann am Ende das Rätsel lösen. Aber leise. Jedes Geräusch, auch wenn du am Schloss bist und das Schloss klickst, das kann der hören. Okay? Okay. Also alles. Alles, was klick, klick, klick macht. Deswegen rein, leise sein, direkt runter und einfach alle Bücher sammeln, die du findest. Willst du das nicht einfach alleine machen? Nein. Los geht's. Wieso? Du kennst dich doch aus. Was? Ich bin, ich bin, ja gut, ich bin schon nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch nicht übel krass. Sneaken. Zack. Sneakt, oder? Sneakig? Ja. Und jetzt sammelt einfach alle Bücher. Okay, ich guck ihn einfach die ganze Zeit an. Und, okay, ich glaub, das bringt nichts. Wo find ich denn hier ein Buch? Du hörst die. Ich hör die Bücher? Du hörst die Bücher, ja. Die reden zu dir. Reden die Bücher mit mir, oder was? Die machen so... Ja, ja, ich hab ein Buch gefunden. Sehr gut. Easy. Und wenn er in meiner Nähe ist... Dann bleib einfach ganz ruhig. Geh einfach in Deckung, wenn er kommt. In den Schrank rein, oder was? Nee, nee, musst du nicht. Aber einfach leise sein. Geh ihm einfach aus dem Weg. Ich würd sagen, geh ihm einfach aus dem Weg. Du musst ihn ja nicht... Du musst ihn ja nicht zum Tanz herausfordern, so heute. Okay, heute nicht. Okay. Also, ich hab uns doch auf jeden Fall schon den Zettel geholt. Für die Zettelwirtschaft. Ja, der ist bei mir. Ja, ja, ja. Geh einfach in Deckung. Der hat mich direkt auf mich zu. Nein, nein, nein. Tut er nicht. Der hat mich! Der hat mich! Was? Der hat mich einfach! Wie geht das denn? Wie kannst du... Oh, hey! Wie hat er dich denn gesnackt? Keine Ahnung. Ich stand nur rum. Ich hab nichts gemacht. Ich wär weiter aus dem Weg gegangen, Izzy. Wenn nicht ich wär und du, du. Kannst du dich wiederbeleben? Ja, bestimmt. Bestimmt. Probier's mal, schnell. Guck mal, ob's geht. Okay, ich bin wieder da. Ah ja, da bist du Sneak, 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 Sneak. Sneaken? Sneakers. Und kann ich nicht einfach im Schrank bleiben? Nein! Du musst mit mir mitkommen. Du musst mir helfen. Warum denn? Wenn er mich nochmal sneakt, bin ich weg. Ich kann mich nicht nochmal wiederbeleben. Der macht nichts. Oh Gott. Chill. Ja, der macht nichts. Der hat mich gerade gefressen. Bleib einfach weg von dem. Okay? Der sieht mich doch schon wieder. Du bleibst einfach gesnackt. Und geh ihm einfach aus dem Weg. Mann. Einfach wegbleiben. Nicht im Schrank. Wenn du im Schrank bist, dann kriegst du... Dann hört er dich. Echt der? Der sieht dich. Der riecht dich im Schrank. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist im Schrank gefährlicher als draußen. Okay. Das sag ich dir als Profi. Warte, ich hab langsam mal alle Bücher. Weiß ich noch nicht. Ich guck gerade. Ich glaub... Ich glaube ja jetzt. Ich glaub, ich hab alles. Okay. Okay. Kannst du dir... Kannst du dir was merken? Kannst du dir was merken? Ja, stimmt. Klar, sag an. Okay. Also, neun. Nee, stimmt nicht. Warte, wir fangen nochmal von vorne an. Es ist sechs, neun, sieben, zwei, acht. Okay. Hast du es dir aufgeschrieben? Ja, ich hab's aufgeschrieben. Wie war der Pin? Sechs, neun, sieben, zwei, acht. Sechs, neun, sieben, zwei, acht. Okay, warte. Okay, warte, warte, warte. Sechs, neun, sieben, zwei und acht. Okay. Kommen wir durch? Ja, raus, 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 raus. Okay. Let's go. Oh, Baby. Wer ist der Profi? Nice. Oh mein Gott. Okay. Damit wird das jetzt schon mal geschafft. Das ist die erste Instanz, die ein bisschen schwerer ist. Okay. Hey, Bob. Ich hab jetzt nichts mehr. Ja, genau. Kauf dir einfach hier einen neuen Staff, oder? Was kann die einkaufen? Oh, guck mal, du hast ja diesen Schlüssel gehabt, gell? Der war jetzt einfach weg, ne? Ah, Mist. Ja, ich hab nur noch 140, kann nicht. Ich hole mal auf jeden Fall das Kreuz. Dann können wir Dings bannen. Oh, ich hab nicht genug Cash. Aber für 400 können wir uns den Schlüssel koppen. Das ist schon mal in Ordnung. Das Kreuz wäre halt wirklich... So viel Medikamente? Ich koche Pillen hier. Ja, richtig. Okay. Einmal, wow. Einmal im Leben Pillen haben. Okay, ja, passt schon, denke ich mal. Was für komische Figuren, ne? Was sagen die eigentlich? Ja, ich bin süß. Guck mal, das bist du. Okay. Let's go. Geld. Ja, okay, es hätte eh nicht gereicht, weil mir fehlt 500... Ich hätte 500 Gold gehabt, dann hätten wir uns ein Kreuz holen können, dann hätten wir Rush bannen können, weißt du? Wenn wir ein Kreuz haben, dann kannst du Rush einmal so festbannen. Ja, und dann kommt der nicht wieder, oder was? Nee, dann kommt der erst mal. Aber hier ist eine Tür, ne? Den müssen wir lagen. Ja, hier ist der Schlüssel dafür. Sekunde. Okay. Es wird immer runter. Hab ihn. Och, endlich eine Batterie, ey. Nach 100 Jahren. Wo, wo, wo? Seh dich nicht. Da, hier hin. Da, da, da. So, jetzt aber. Let's say go. Alter, guck mal, hier ist so ein Kratzer sogar. Guck mal. Ja. Oh, yeah. Das war ich letzten Monat. Oh, gut, Feuerzeug. Als ich meine Zahnung als Finanzen abgemacht hab. Oh. Oh mein Gott. Rein, rein, rein. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Boah, Alter, Izzy, das war so, das war so krasser Move. Ich hab damit nicht gerechnet. Ich hab damit nicht gerechnet. Ey, heftig. Gut aber, dass du da so reagiert hast direkt. Ich bin stolz auf sie. Ah, lass mich hier das. Und, lass uns rüber und dann haben wir's. Let's go. Das war so einfach, Alter, dieses Rätsel. Okay, wir sind bei 60. Stufe 60. Was kommt jetzt? 59, 59, 60 müsste sein. Okay. Mitkomm schnell. Komm einfach. Okay. Okay. Ist jetzt Wayne's. Ist jetzt Wayne's. Echt jetzt? Soll ich nichts mehr mitnehmen? Okay. Ist jetzt erstmal wurscht. Oh Mann, Junge. Wir müssen irgendwie runter in den Keller. Boah, es ist dunkel hier. Da ist er, da ist er. Ah! Er hat mich angeguckt. Er hat mich wieder angeguckt. Ja. Lieb noch. Lieb noch. Aber hörst du das? Nee. Was denn? Ich hör hier Musik. Hör mal. Hör mal hier hinten. Ja, die hör ich auch. Krass, Mann. Komm schnell. Nein. Haben wir noch genug Licht? Yes. Oh Mann. Krass, dass hier einfach Musik läuft. Guck mal, hier bist du. Oh, Tatsache. Dieses Gemälde heißt Easy. Ah, krass. Ja. Cool. Natürlich. Mona Easy. Mona Easy. Oh nein. Run. Ich weiß es nicht, aber geh mal in den Schrank. Geh du an den anderen. Ja, ja, ja. Achtung. Und rein. Und wieder raus. All right. Der hat die ganzen Lichter kaputt gemacht. Ja, ja. Der kleine Assi. Ich wollte nichts sehen. 65, 66. Warte. Jo, das hier ist es nicht. Wir müssen hoch, ne? Ja. Hui. Glaubst du, wir schaffen das heute, Doors komplett durchzuspielen? Ich weiß es nicht. Wenn wir uns nicht dumm anstellen gleich. Oh, ja. Du schaffst es. Nein, du schaffst es auch. Ich glaube, du schaffst. Ey, aber ich bin schon einmal gestorben. Guck mal hier. Was denn? Ah, eine Spinnung. Oh mein Gott. Da war eine Spinnung. Das ist Timothy. Ja. Timothy. Zack. Jetzt musst du dir die Kräuter reinhauen hier. Okay. Hier kannst du dir die Kräuter reinballern. So, und dann hast du jetzt unendlich Leben. Echt? Ja, dein Herz ist jetzt stärker als vorher und dadurch hast du jetzt unendlich Leben. Oder eine so krasse Selbstregenerierung, dass du kein Leben verlierst, so mäßig. Cool. Ist cool, ne? Habe ich dafür gesorgt, dass du das jetzt hast, weil ich cool bin. Danke, Lars. Das schulde ich dir für immer. Das ist kein Problem. Also, wenn du möchtest, kannst du mir dafür 5 Euro geben. Zurück jetzt. Warte, hier ist eine Batterie. Brauchst du die? Jo. Für die Taschenlampe? Oder hast du selber keine Taschenlampe? Genau, keine Taschenlampe. Come on. Okay. Ja, gut, nehm ich. Warte. Okay, Freunde der Nacht. Wir sind voll weit. Wirklich. Das ist schon mal richtig gut. Hättest du gedacht, dass das so gut läuft? Nee. Nee, ich auch nicht. Warte, hier liegt ein Schlüssel. Guck mal. Hier liegt ein Schlüssel. Hä? Oh nein. Was denn? Das ist der Falsche. Du hörst es einfach. Dass es auch Fake-Türen gibt jetzt einfach, die... Junge. Wie laut tickt diese Uhr? Voll gruselig. Boah, hier ist noch eine Batterie. Hier ist noch eine Batterie. Wo bist du? Ja, aber ich bin voll, ich bin auf voll, voll, voll. Ach so. Okay, lass mal... Lass mal hier hin. Ich glaube, hier ist richtig. Alright. Aufpassen, es hat geklimpert. Geh mal an den Schrank. Vorsichtig. Und was? Da hast du ein Auge an der Wand. Nur testweise, nur testweise. Nö. Okay. Okay, also weiter. Oh, es flackert hier die ganze Zeit die Augen, ne? Ja. Machen die irgendwas? Nee, die Augen machen nix. Aber jetzt wird es ziemlich dunkel. Aber du hast ja eine volle Taschenlampe. Ja. Okay. Gott, da war dieses Ding schon wieder. Jetzt müssen wir wieder rennen. Hast du Tabletten? Eine, eine. Okay, warte, gleich musst du die fressen. Sag wann. Okay, gleich, gleich, gleich. Oh, hier ist Geld. Wenn wir ihn gesehen haben. Warte. Dann nah. Jetzt. Okay. Wenn du, wenn es jetzt geht, frisst die jetzt gleich direkt, wenn du los rennst. Hm. Links. Geradeaus. Geradeaus wieder. Oh mein Gott, der hat gekraft. Links? Jetzt links, ja. Geradeaus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kaffe. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Ja, du schaffst es. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, Izzy. Boah, krass, Mann. Da ist er. Tschüss. Goodbye. Tschüss, Kollege. Okay. Oh mein Gott, Alter. Dieser Timothy. Junge. Der ist mir gerade... Boah, diese Spinne, oder? Ja, ja, ja. Boah, bin ich erschrocken gerade, ey. Mann. Okay, wir sind bei Tür 80. Ja, Mann. Das ist wirklich richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ah, ja. Ich hab eigentlich gedacht, wir sind Noobidi Noobnoobs. Achtung. Geh in deine Ecke. Achtung. Und rein. Hier, hier, hier. Und raus. Ich hoffe mal, dass wir gleich nicht noch Dings begegnen. Dem Grünen. Warte, da hast du es gesehen? Nee, das war deiner. Nee, nee, meiner ist nicht. Komm mit. Okay. Alter, bin ich erschrocken. Ich hab gerade gedacht, irgendjemand ist hinter mir in Real Life. Was? Wieso das denn? Weiß ich nicht. Paranoid, ey. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, wie es hier abgeht. Was jetzt? Oh mein Gott, Alter. Diese Kackspinne. Warte, ist doch wieder Chimsy? Ja. Ich krieg hier noch, ich sterbe hier noch, wirklich. Aber wegen Dings. Herzinfarkt. Mist, Izzy, ich hab dir... Nein. Oh oh. Okay. Ich bin bei Halt. Du musst... Achtung. Was? Der sagt dir, dass du dich umdrehen musst. Bist du bei Halt oder bin nur ich bei ihm? Ja, ja, ja. Er tötet mich. Er hat mich gekillt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Du musst dich halt umdrehen, wenn er das sagt. Du musst bei ihm wegrennen. Ja, okay. Ich bin tot. Ah, Mann. Ich bin tot. Nein. Ich bin schon wieder an Halt gestorben, Izzy. Ich hab das so befürchtet, dass der kommt. Halt das so eklig. Der ist richtig eklig. Egal. Cool. Wir haben es richtig weit geschafft. Ist nicht schlimm. Aber weißt du, was cool ist? Wenn du willst, können wir das nochmal machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht. Perfekt. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Lasst ein Like. Das schaut bei Izzy vorbei. Tschüss. Tschüss.